Kein Künstler? Eddie kommt nach der Schule in Oskars Klassenzimmer. Er trägt ein Bild. Was ist das? Mein erstes Bild. Willst du es sehen? Nein. Aber du bist Kunstlehrer. Richtig, und ich bin sehr streng. Gut. Du bist mein Freund. Ich möchte dir nicht wehtun. Sag mir, was du denkst. Ist mein Bild gut oder nicht? Nicht gut. Wie kannst du das sagen? Du bist kein Künstler, und es ist dein erstes Bild. Du bist kein Künstler, und es ist dein erstes Bild. Das erste Bild ist nie gut. Aber ich möchte dir mein Bild zeigen. Bitte, Oskar. Okay, gut. Zeig es mir. Eddie zeigt Oskar sein Bild. Eddie, dein Bild ist ... Ja? Wirklich gut. Hurra! Ich bin ein Künstler. Bis morgen, Eddie. Vergiss dein Bild nicht. UD. Ich bin ein��러. Ich bin ein göstere, was ich dafür. Bis morgen, Earth, das ist ... Trying to explain something to somebody and